Moin moin und herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Thierry. Ja, es geht weiter mit Minecraft. Juhu, es freut mich vor allem, dass du wieder eingeschaltet hast. So, wir legen mal los. In der letzten Folge haben wir, ja, eine Menge neue Gerätschaften gebaut. Von Viehwagen bis hin zu Carbose bis hin zu einem, ja, was auch immer du bist. Sehen wir das ordentlich? Sehen wir das irgendwie? Sehen wir das? Ja, irgendwie. Irgendwie. Wenn man Glück hat. Schere Pun of US. Richtig? SU. So. Was werden wir heute machen? Ich habe vor, wir haben ja letzte Woche sowas gebaut. Wir werden heute an unseren Häuschen weiterbauen. Und zwar... Ich habe ja... Irgendwann ein Mod hinzugefügt. Ich muss erst mal gucken. Wie hieß das denn? Catwalk. Das möchte ich gerne mal ausprobieren. Wie funktioniert denn das? Catwalk. Okay. Eisen. Okay. Ich möchte das einmal angucken. Ich hätte nicht... Ich hätte das in mein Testfeld ausprobieren können. Aber... Nö. Gucken wir mal. Wie sieht das aus? Ähm... Licht. Haben wir doch ein Blossom? Haben wir doch ein Blossom? Haben wir, haben wir. Haben wir, haben wir. Sechs. Drei Labbis. Drei Labbis. So. Okay. Okay. Ähm. Mhm. 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 Ähm. Ich kann euch durchsichtig machen. Äh. Äh. Okay. Und wie krieg ich dich jetzt wieder aus? Oh, nicht. Okay. Leiter. Haben wir hier noch von? Ja, haben wir noch. Leiterchen. Haben wir noch irgendwo Leiter? Rein zufällig? Äh. Hier. Ja. Haben wir. Wir machen zu viel so eine Leiterchen mit. Ähm. Das war verkehrt. Aber das reicht auch. So. Wir könnten das hier mal abreißen. Habe ich jetzt alles eingesammelt? Nö. Na. So ein Lichtding. Brauchen wir glaube ich nicht, oder? So, liebe Sonne. Was kann man noch draus machen? Nix. Okay. Mhm. So. Jetzt. Einmal schlafen und dann geht's weiter. So. So. So, 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 so. Ich hatte das vorher. Hier. Am besten hier oben lang. Ach. Nö. Was ist das denn für Geräusche? Ähm... Hier lag noch irgendwas, danke. Problem ist, ich weiß nicht warum. Okay. Okay. Ähm... Alles mal bitte abhauen hier. Zack, zack, zack. Und zwar... Dich... Nein. Na. Na. Willst du wohl? So. Ich möchte... Dich jetzt... Weg haben, danke. So. So. Schnelligkeit. Okay. Was passiert, wenn ich... Das war verkehrt. Einen habe ich noch. Ah, das ist ja cool. Meine... Züge. Mhm. Mhm. Okay. Zack. Sehr schön. Okay. Okay. So, los. Noch hier was hinbasteln. Ach so, sieht das Blut aus. Schlebt ja voll in den Luft. Okay. So. Mhm. So, ja. Oh. Oh. So. So. So, so, so. So. Ich baue mal alles. Ich... Ich pack das erst mal weg. Hier oben hin. All das... was... Ich nicht brauche... Ui. Warte mal. Warte. Warte. Wir haben da noch... Flachwagen hier drin. Ich dachte... Wir habe alles eingestellt.. Enöy... Er... Einen Flachwagen haben wir noch. was kann man hier tanzen können wir hier auflegen keine ahnung finden wir noch alles raus pfiler sagt mir niederwort ok sonst typ flatt ok gut nehmen wir es mal hin stellen hier so ich will jetzt und meißel bauen ich hoffe ich habe noch bestimmt ein bisschen holz gerade so ich glaube ich habe hier noch irgendwo was ich nicht so schauen wir mal ich möchte jetzt das war zu viel dich mal anschauen guck mal echt jetzt okay man kann ja voll schummeln das wäre günstig das wäre cool so ich möchte es draußen mal anschauen was ne ok ok Sek. Uh-huh. Ich glaube, das sind beide gleich hier, ne? Ja. Okay. Hm. Hm. Gut, lass dich noch bisschen stehen. Äh, ich überleg hier mir noch was. So. Oh. Taschenlampe. Tragbare elektronische Steinbohrer. Okay. Ähm. Was sagt die Uwe? Was sagt die Uwe? Wir haben noch nichts großartiges gemacht. Diese Folge kann ja sein. Ähm. Gut. Dann bauen wir halt das Häuschen weiter. Bis wir hier zumindest etwas gemacht haben in dieser Folge. Ähm. Dich, dich, dich. Dich, dich, dich. Dich, dich, dich. Dich, dich. Hm. So. Einmal sortieren, was ich brauche. jetzt das war verkehrt ich brauche bitte schön dich ja aber nicht weiter nischt nicht weiter wir gucken mal wie es jetzt aussieht 1,2,3 Betonblock äh, das fülle ich als Stimmungsland auf so spare ich eine Reihe sehr schön es geht zu langsam voran so 3,1 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 Pfff Hm nicht gut ähm das ist nicht so schön jetzt machen wir das wie hier vorne dich 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 halt halt wie geht ja warte warte mal sind es auch 3er hier den hier hier den 3er denn hier hier 1,2,3 hier alles nicht ganz einfach aber wir kriegen das schon hin 1,2,3 4 1,2,3 4 1,2,3 ok 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 dahin 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 und dahin so ähm ähm ich weiß nicht ob ich das schaffe zwischen den folgen irgendwas zu machen ähm kann sein dass wir diese folge heute noch weiter bauen aber ist glaube ich egal oder wenn nicht bitte in den kommentaren schreiben weil ich nehm heute ist der 18. äh erst etwas später auf von daher jetzt läuft sogar meine Nase aber irgendwas ist jedoch verkehrt ne nö so das nervt das nervt machen wir so einmal auffüllen danke zack zack wäck zack zack zurück weg zack Ich kann ja euch gleich mal erzählen, was ich mir so vorgestellt habe. Wir müssen gleich fertig sein. 1, 2, 3. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 5. 7. Ich mach jetzt mal nur auf diese Höhe und dann reicht das für diese Folge. Muss ja nicht immer eine lange Folge sein, oder? Was meint ihr? Schreib mir das mal in den Kommentaren rein, da weiß ich Bescheid. So. Ach, wisst ihr was? Wisst ihr was? Ich mach so lang weiter. Oh, Sammelein! Danke! Das ist weg gehört. Das ist richtig. Zack. 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 Ich mach so lange weiter, bis ich keine Steine hab Ich mach so lange weiter, bis ich keine Steine hab Zack, zack Ich mach so lange weiter, bis ich keine Steine hab Ich glaube, ja, ich hab was Kann man dich irgendwie anders noch herstellen? Schüssel? Nö, ne, geht nicht Okay So So Allee So, ich werd euch jetzt mal zeigen, wie ich mir das jetzt alles vorgestellt habe Und zwar Ich habe vor Hier Kann sein, dass ich doch alles noch ein bisschen weiter hinten ziehen muss Schauen wir mal Ähm, ich habe vor Die Die beiden Schienen Mit diesen Weichen Etwas in der Mitte zu liegen Und dann Habe ich vor, mit Ja, was war das? Äh, mit Da jemand Macht Hallo Mit So einer schrägen Nach unten zu gehen Und unten soll mein Depot weiter gehen Hier Soll hauptsächlich Die Züge Und die Ähm Anhänger Die ich brauche Hin Und die anderen Kommen halt eine Etagetiebe Und Mit dem Dach muss ich mir noch ein Was noch einfallen Das weiß ich noch nicht Sehr schön Super Ich würd sagen Für diese Folge reicht's Ja Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast Ich würd mich freuen, wenn du in die nächste Folge wieder einschaltest Ähm Über einen Kommentar Da unten Würde ich mich auch freuen Wenn du noch nicht gemacht hast Äh Ein Abo Würde ich mich auch darüber freuen Oh Ich denke Jetzt freuen wir uns genug Bis dahin Bis zur nächsten Folge Bye